Die Kommerzialisierung im Sinne, dass kommerzielle Firmen hier aktiv werden, sehe ich durchaus kritisch. Dennoch kann es sein, dass sie die einzigen sind, die die Expertise haben, um tatsächlich das Gewebe in einen transplantablen Zustand zu befördern. Und dann ist es aber wie generell im Gesundheitswesen eine Debatte, die wir jetzt nochmal intensiver führen müssen, weil wir ja merken, dass auch an dieser Stelle in der allgemeinen Krankenversorgung immer stärker ökonomische Aspekte eine Rolle spielen und dabei unter Umständen das Ziel aus dem Auge verloren wird, den Patienten zu helfen. Unser System ist dazu aufgebaut, unter solidarischen Gesichtspunkten, dass die Gesunden für die Kranken auch investieren, die Gesundheit aller möglichst intensiv zu fördern. Eine Gewebespende kann nur zum Ziel haben, dass derjenige, dem damit geholfen werden kann, möglichst unaufwendig geholfen wird. So, wenn wir jetzt einen kommerziellen Anbieter haben, der sagt, ich bin der Einzige, der, nehme ich mal ein Beispiel, einen Knorpel für eine Knorpeltransplantation so aufbereiten kann, dass er dann wirklich medizinisch voll zu Nutzen kommt, voll seinen Sinn ergibt. Dann muss dieser Anbieter, wenn er sich in diesem Bereich begibt, klar haben, dass er auch eine altruistische Form von Dienstleistung erbringt. Und wenn er das nicht tun will, weil er sagt, ich bin schließlich ein kommerzielles Unternehmen, ich habe Gewinnerzielungsabsichten, dann muss er sich gegebenenfalls aus diesem Bereich zurückziehen. Selbstverständlich müssen in diesem Bereich scharfe, auch finanzielle Prüfungen stattfinden oder aber, bevor ich überhaupt einen Preis aufrufen kann, muss ich ganz klar alle meine Kosten transparent offenlegen, bevor ich sagen kann, also für meine Arbeiten, die ich hier an diesem Knorpel durchgeführt habe, brauche ich 1000 Euro. Wenn Sie jemanden einbinden, der das Gewebe bearbeitet und es verändert sich nichts an den Besitzverhältnissen, das Gewebe bleibt in der Gewebebank und die Gewebebank alloziiert nachher das Gewebe und refinanziert durch eine bestimmte Pauschale die Leistung des Dienstleisters, Labor, sage ich jetzt mal, dann ist es etwas, was für mich als Spender uninteressant ist. Wie Sie das machen, wenn Sie die Regeln einhalten, über die Sie mich aufklären, ist eigentlich für mich egal. In dem Moment, wo sich die Besitzverhältnisse zum Beispiel an dem Organ ändern würden, weil Sie zum Beispiel sagen, ich gebe dieses Gewebe an einen kommerziellen Anbieter, der arbeitet es auf, dem gehört das Gewebe dann auch rein juristisch in der Zeit, bis er es wieder abgibt, in Anführungsstrichen verkauft. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Darüber muss ein Patient aufgeklärt werden. Ähnlich wie wir die Diskussion ja haben bei den Biobanken, wenn ich Gewebe spende, muss ich wissen, was am Ende mit dem Gewebe passiert. Wenn es Situationen gibt, die nicht überschaubar sind, muss ich auch darüber aufgeklärt werden, dass es gegebenenfalls nicht überschaubare Situationen gibt. Es ist völlig klar, dass das natürlich nicht die Bereitschaft zur Gewebespende fördert, sondern wir müssen also versuchen, die Prozesse so schlank, so unproblematisch, so gut nachvollziehbar und transparent wie irgend möglich zu organisieren, damit eben keine Misstrauenskultur entsteht, sondern wirklich die Vertrauenskultur, die so wesentlich ist für Gewebe- und Organspende, dass die wirklich auch belebt wird. Also zuerst ist mal die Forderung gegeben, dass immer gewusst werden muss, wo geht ein Gewebe hin und wo kommt es her. Für jeden Patienten ganz entscheidend, wenn ich ein Hornhaut transplantiert bekomme, dann will ich wissen, wo kommt sie her, ohne dass ich vielleicht den Spender kennen muss, aber ich muss wissen, wer steht dahinter, wer ist dafür verantwortlich und damit muss ich auch die Herkunft nachvollziehen können oder mein behandelnder Arzt muss es in jedem Fall können. Also Transparenz muss in jedem Fall gegeben sein, ob es nur im europäischen oder im weltweiten Kontext ist, ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Im Hinblick dann auf die Frage, welchen Stellenwert hat das Gewebe, zum Beispiel in anderen Ländern, gibt es natürlich eine tatsächlich auch ethisch relevante Diskussion. Ich denke, wir dürfen nur Gewebe einführen aus Ländern, die in gleicher Weise die Nicht-Kommerzialisierung der Gewebespende anerkennen und die gleichen Regeln der Transparenz und auch der Beschränkung von Aufwand auf den tatsächlichen Aufwand und ohne Gewinnerzielungsabsichten. Nur aus solchen Ländern können wir tatsächlich einen Gewebetransfer respektieren und auch das müssen wir öffentlich machen, und dort müssen wir klar machen, wenn es dann einen Lizenz gibt, in der Europäischen Union zum Beispiel.